Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. So, die Schule ist noch nicht zu Ende. El colegio no ha terminado. Rechnen, rechnen, kalkular, kalkular, zusammenzählen, zusammenzählen, sumar, sumar, und, und, mas, mas. Abziehen, abziehen, restar, restar. Weniger, weniger, menos, menos. Multiplizieren, multiplizieren, multiplikar, multiplikar. Mal, mal, por, por. Teilen, teilen, dividir, dividir. Geteilt durch, geteilt durch, entre, entre. Der Computer, der Computer, el Ordenador, el Ordenador. Die Tastatur, die Tastatur, el Teclado, el Teclado. Der Rechner, der Rechner, la Calculadora, la Calculadora. Der Bruch, der Bruch, la Fracción, la Fracción. Das Viertel, das Viertel, un Cuarto, un Cuarto. Das Drittel, das Drittel, un Tercio, un Tercio. Die Hälfte, die Hälfte, un Medio, un Medio. Drei Viertel, drei Viertel, tres Cuartos, tres Cuartos. Die Studentin, die Studentin, la Estudiante, la Estudiante. Studieren, studieren, estudiar, estudiar. Die Prüfung, die Prüfung, el Examen, el Examen. Viel Glück, viel Glück, buena Suerte, buena Suerte. Bestehen, bestehen, aprobar, aprobar. Durchfallen, durchfallen, suspender, suspender. Muchas gracias, hasta la próxima.